Boah, Bruder, Alter, ich bin tot müde, Alter. Ich bin akrobatisch, Bruder. Sollen wir abhauen? Boah, wir müssen noch einen Track machen, Bruder. Boah, aber worüber, Alter, ja? Ich weiß nicht, lass überlegen, vielleicht kommen wir auf irgendwas. Bruder, lass abhauen, Bruder, ja. Meinst du? Nein, Bruder, uns fällt nichts mehr ein heute. Irgendwas passiert heute, wir werden noch schreiben, glaub mir, Bruder. Boah, Bruder, ich glaub, ich leg mich ein bisschen hin, ja. Boah, ich geh mal ein bisschen Instagram rein, ja. Boah, nee, Bruder, was ist das? Hier, guck mal. Ja, was geht, Bruder? Was geht bei dir, Bruder, jetzt? Wir sind im Studio. Und du? Ich weiß, hab ich auf Instagram gesehen, ja. Bruder, jetzt, du weißt nicht, was passiert jetzt, Alter. Ich schwöre, dass ich mich gerettet, ja. Was ist wieder passiert? Ich steh auch direkt hier vor dem Studio, ich komm mal rein, Bruder. Mach mal die Tür jetzt so. Okay. Macho, Bruder, mach mir bitte die Tür auf, ja. Macho, Bruder, Alter, ja. Der wird jetzt wieder rein. Boah! Was geht, ja? Auf Besuch. Alles klar, Bruder? Hast du was trinken? Bruder, mir geht's besten, Alter. Wie geht's euch? Hast du was essen oder so? Wie sieht's aus, Bruder? Bruder, leck mich am Arsch. Ich hab acht Köpfe getroffen, Bukovra. Niemals. Ich bei Bukovra. Ja, Mann, acht Köpfe, Bruder, zehn Mille. Krass, Alter. Aber, Bruder, jetzt, ey, die Auszahlung ist erst morgen. Könnt ihr mir kurz 1.000 Euro leihen? Bruder, ich sag, Bruder, wie ist es erst morgen? Warum ist die Auszahlung erst morgen? Ja, ist einfach so, keine Ahnung, Bruder. Aha, hat die Frau mir so gesagt, die hat schon zugemacht. So, morgen wieder kommt. Bruder, Geld ist kein Problem. Ey, auf jeden Fall, ihr kriegt sogar Bolschons dabei. Ja. Ja, Bruder, okay. Morgen, versprochen. Hier, Bruder, den Punkt, Mann, ey. Warte, Mann. Hier, Bruder. Boah, ihr seid die Besten, Alter. Aber morgen, Bruder, ne? Ja, wir sind hier pünktlich. Okay, sehr gut. Bruder, ey, wir müssen leider weiterarbeiten, Bruder. Wollah, ungehört, ja? Ja. Ja, da mag ich so ein Herz, ey. Ciao, Bruder, wir sehen uns zusammen. Bis morgen. Bis morgen. Baby, noch rein, hau rein. Boah, Bruder, Alter, was? Das hat uns wieder gefickt, Alter. Ich schwö, das geht, sind wir nie wieder. Jedes Mal dasselbe, Alter. Denkst du das Gleiche, was ich denke?